Die sehen so aus, die lassen wir jetzt... Oh, Junge, Junge, das ist aber... Alter, das ist aber schon extrem knapp. Ja, scheiße. Das hätte ich jetzt aber so nicht gedacht gehabt. Himmel, normal. Muss ich jetzt noch eine neue bestellen, oder was? Heiliges Blech. So eine scheiße. Ah, Gott. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tischprojekt Teil Nummer 2, was ihr bisher verpasst habt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ja, und da sind wir jetzt. Jetzt können wir uns den Tisch mal zum Verleimen hinlegen. Leider ist ein bisschen scheiße passiert beim Fräsen, wie immer. Leider ist hier ein Stück rausgebrochen. Das ist natürlich scheiße. Ich hätte das Teil gar nicht nehmen sollen, ja. Aber das Ding ist nur, ich habe leider nicht mehr gehabt zum Hobeln, deswegen habe ich das Teil nehmen müssen. Und zumal auch, ja, schon die ganzen Schlitze drin sind, ja, dann ist das nicht mal so leichtfertig, kurz so fitz weggeworfen. Leider. Zum Verleimen sollte man im Außengereich D4-Leim nehmen, also wasserfester Leim. Ich nehme jetzt hier PU-Leim. Das Gute ist, der quillt auf. Ihr kennt PU-Schaum vom Bauher. Er spritzt die irgendwo hin und aus so einem kleinen Tropfen wird dann so ein Fußball. Das ist bei dem ähnlich, nur, dass kein Fußball draus wird, sondern dass das auch aufschäumt. Wie kommst du eigentlich auf Fußball-Truppe her? Also ab und zu würde ich gerne wissen, was du so denkst. Fußball. So, den Leim verteilen wir jetzt da noch schnell drin, dass das dann wirklich an einer großen Fläche hält. Und da müssen wir auch schon relativ fix arbeiten. Wir haben das nämlich jetzt so gedacht, da das erste Ding ja absolut im Winkel sein muss, werde ich das hier am Tisch ausrichten. Wenn das im Winkel ist, dann kann man nachher auch die Abstände, weil das Ding hat Abstände zueinander, diese Latten, weil ihr könnt einen Gartentisch ja nicht einfach oben eine zuende Fläche machen. Das Wasser muss ja irgendwo ablaufen. Dazu haben wir dann hier Spalte, ich glaube von 5 mm eingeplant. Und deswegen muss das erste Teil natürlich wirklich perfekt rechtwinklig liegen. Ich würde sagen, das sieht gut aus, das passt. Wenn der Leim dann nach 20 Minuten oder so abgebunden hat, seht ihr, kann man das wie so einen PU-Schaum einfach hier wegschneiden. Juti, dann verleim ich mal den Rest vom Tisch. Tschüss. 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 Wenn der Leim dann abgebunden hat. Das ist eine Truppe, ja, abgebunden, ja, Fachwörter kommen langsam. Ich habe jetzt hier im Baumarkt, das ist ganz normales KVH-Konstruktionsvollholz, also keine Lerche, aber ich habe jetzt keinen Bock gehabt, da Füße zusammen zu leimen. Weil bei dem ersten Tisch habe ich die zusammen geleimt, die Verleimung bricht über die Jahre irgendwie auf, habe ich das Gefühl. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt gibt es auch eine Sache, die mache ich bei Füßen, die auf dem Boden steht, auch immer ganz gerne. Und zwar die Kanten anfassen, ja, das hat den Vorteil, wenn der Tisch irgendwann mal steht auf dem Boden und du verrückst ihn, ja, das werden viele von euch kennen, zack, und schon bricht hier ein Riesenstück raus. Das kann natürlich nicht passieren, wenn du die Füße unten anfasst. Habe ich schon öfter gemacht, hat sich als sehr praktisch erwiesen. So, auch bei dem Tisch kommt wieder so ein Rahmen drunter. Das hat hier auch wieder den oder die Bewandtnis. Bei mir daheim, ich weiß nicht, wer gesehen hat, meinen Eichentisch, ja, der ist ja 35 stark und sogar der hängt in der Mitte durch, weil er keinen Rahmen hatte. Und hier kommt jetzt ein Rahmen längs hin, der hindert, dass der Tisch so durchhängt und auch die Latten ungleichmäßig durchhängen können. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit einem Tee etwas verbinden. Mit einem Tee etwas verbinden, bestes Deutsch. Naja, ich könnte es hier schrauben oder Dübel durchmachen, ja. Ich möchte hier aber mit Schwalbenschwänzen arbeiten. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich denke mir, wer so gut Deutsch spricht, der kriegt auch Schwalbenschwänze hin. Das probieren wir halt einfach mal. Als erstes fräsen wir die Schwalbennuten. Ich habe leider nur keine Ahnung, wie ich das genau machen will. Ich habe eine Idee, aber keine Ahnung. Da unten habe ich doch noch, das ist tatsächlich noch die, gell, vom letzten Gartentisch. Vielleicht können wir die nehmen, vielleicht können wir mit der was anfangen. So, folgendermaßen bilde ich mir das jetzt ein. Ich stelle mir jetzt hier die Höhe ein. Und die gleiche Höhe nachher woanders. Schaut es einfach zu, vielleicht habe ich Glück. Und es passt. Scheiße, erster Fallstrick. Ich muss die Höhe hier von der Fläche aus berechnen. Hey, Truppe, der denkt einfach mit. So, hier habe ich jetzt die Mittellinie. Die lege ich auch in die Mitte der Nut. Und als das alles gerade liegt, bilde ich mir jetzt ein, dass das so hoffentlich funktionieren wird. Und alle so. So, ich würde sagen, das schaut ziemlich gut aus. Einmal noch drüber geschliffen. Also jetzt bin ich sehr positiv gestimmt, dass ich das andere Teil auch hinkriege. Schauen wir mal. So, der große Moment. Passt es rein. Oh, aber schon ganz genau. Schreinerei-Truppe. Wenn Sie Glück haben, passt es. Ich habe noch nie etwas so schönes gesehen. Jetzt gibt es noch eine Sache mit den Beinen. Ich könnte natürlich den ganzen Tisch schon zusammenschrauben. Blöd ist dann natürlich, wenn der transportiert werden wird. Oder wenn ich ihn im Winter in den Keller bringen möchte, weil im Winter musst du nicht draußen stehen. Heißt, ich muss die Füße irgendwie abnehmbar machen. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Methoden. Aber ich wähle die professionellste Methode. Und auch für euch die einfach nachbaubarste Methode. Warum nachbaubar? Na ja, wenn ich sowas baue, mache ich mir eh mal einen Bauplan. Wer Interesse hat, in der Videobeschreibung findet er den Bauplan. Und wir nehmen Winkelverbinder. Das sind so Tischbein-spezielle Teile da. Die sehen so aus. Die lassen wir jetzt... Oh, Junge, Junge, das ist aber... Alter, das ist aber schon extrem knapp. Ja, scheiße. Das hätte ich jetzt aber so nicht gedacht gehabt. Himmel, normal. Muss ich jetzt noch eine neue bestellen, oder was? Heiligsblechle. So eine Scheiße. Ah, Gott. Ja, Moment mal. Ihr müsst das eigentlich nur ein bisschen weiter reinrutschen. Dann wird das funktionieren. Ich muss die Dinge nochmal nachfräsen. Heiligsblechle nochmal. Ja, dann machen wir es halt. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Scheiße. Ich habe auch noch ein paar水en in Deutschland schon. So, nächster Versuch. Seht ihr, jetzt schaut es schon wieder besser aus. Jetzt schaut es vernünftig aus. Jetzt können wir es nämlich auch anzeichnen und dann können wir es sägen. So, wenn wir es soweit haben, dann können wir das Ding mal zuschrauben. Also eins muss ich auch sagen, ich bin richtig entzückt, dass das alles jetzt nicht so prima zusammenfügt. Das ist eine völlig neue Erfahrung, dass was passt. So, dann kommen wir zum Thema Oberfläche. Wir könnten natürlich jetzt unglaublich viel für den Tisch nehmen. Da scheiden sich auch die Geister. Der eine sagt, lackieren, der andere schreit, nein, auf keinen Fall. Der nächste sagt, ich lasse es so. Der wieder nächste sagt, ich schmeiße eine Holzlasur drauf. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich habe mich jetzt hier für ein Teaköl entschieden. Der Name ist leider sehr verwirrend. Teaköl? Eine Truppe wie so Teaköl. Es ist ja eigentlich Lerche. Ich habe mich deswegen für Teaköl entschieden, weil es im Endeffekt ein farbloses Universalöl für den Außenbereich ist. Und das ist ja im Endeffekt unser Gartentisch-Außenbereich. Und dafür ist es super geeignet. Das Gute ist, so ein Öl bietet auch einen UV-Schutz, hält mehrere Saisons. Saisons? Sagt man das so? Saisons? Der spricht kein Deutsch. Mehrere Jahre hält es dann und macht das Holz eben auch geschmeidig. Und vor allem, wie bei Öl immer, es betont eben die Holzmaserung. Ja, das will ich ja, weil sonst lackiere ich den Tisch grün. Ja, dann sehe ich vom Holz nichts mehr. Ich möchte ja, dass jetzt in meinem Fall bei dem Öl die Oberflächenmaserung und die Maserung und die Struktur des Holzes erhalten bleibt und im besten Fall sogar noch hervorgehoben wird. Frag Carmen lieber nicht nach dem Behälter, die ja da Dutzende abspülen müssen, weil die so viel gegessen haben von denen. schnappen und die Dutzende und die Dutzende ausgesrieben werden muss. Das ist ja so, ich bin kein, was ich, als die Dutzende nicht so, ich komm mal zu erinnern. schnappen und strechen schnappen und jetzt kommen zu den Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü und schnappen und NIE-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü Das Gute ist nämlich jetzt, im Winter kann man den Tisch dann tatsächlich auseinander bauen und den Keller stellen. Man muss den ja nicht unbedingt draußen stehen haben, wenn es anders geht. So leid es mir tut, aber irgendwann musst du lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Nix anderes habe ich erwartet. Kleines Fazit zum Tisch. War der Tisch jetzt schwer zu bauen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir viel, viel, viel schwerer vorgestellt. Einfacher wird es, wenn man diese Zapfen mit dem Frästisch macht. Habt ihr ja gesehen. Das war also einfacher geht es nicht. Und diese Löcher, wenn man da dieses Hilfsmittel hinspannt, dann kannst du da eigentlich einen Affen hinsetzen und der kriegt das genauso hin. Grobes Material wegbohren mit der Bohrmaschine, dann mit dem Stechbeitel nachstemmen. Das ging wirklich ohne Nacharbeit, ohne Probleme rein. Eigentlich war nur eine Bank dazu plant. Zwei Stück, um genau zu sein. Leider hat sich die Freundin entschieden, wir wollen Gartenstudie kaufen aus Edelstahl. Gut, haben wir uns gekauft. Für die, die interessiert sind, ich habe eine Bauanleitung gemacht, die ist unten verlinkt. Und da sind diese zwei Bänke noch mit dabei in der Bauanleitung. Jetzt ist das aber natürlich nicht das einzige Teil für unsere Terrasse. Kann man hier vielleicht erkennen, da wurde schon fröhlich weitergesägt an neuer Lerche. Ja, so eine Terrasse hat ja ein bisschen mehr Platz als nur für so einen Tisch. Das nächste Projekt liegt schon da hinten. Und falls du Interesse hast oder falls dir diese Art von Videos gefällt, also wie man was selber baut, dann überleg dir den Kanal zu abonnieren, denn dann bekommst du in Zukunft weiterhin meine Videos bei YouTube, auf YouTube vorgeschlagen. Ich darf Danke sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Mach's gut, bis die Tage. Servus.